Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps & Tricks. Ich habe für euch mal eine coole Geldmethode rausgesucht, die noch funktioniert, weil nächste Woche ist ja schon das Illgarten Gates Update Teil 2 am Start und deswegen braucht ihr alle Kohle logischerweise. Ich habe es auch einigen versprochen, dass sich noch eine Solo Geldmethode raus holt. Das ist ja das coole dran, ihr braucht also keinen Kumpel dafür und ist verdammt einfach und ihr umgeht damit die 45 Minuten Wartezeit, könnt also die Autos nach und nach verkaufen. Ist auf meiner WePlay Oldschool Facebook Seite wieder, Link dazu oben im Banner oder unten in der Videobeschreibung. Also viel Spaß mit der Geldmethode, haut da rein, macht viel Kohle, wir werden Games. Max Holz, ich bin raus, danke fürs Zuschauen.